So, was geht ab Freunde? Nahtfrage am Start. Backman im weiteren Video und zwar habe ich hier ein riesiges Paket bekommen und zwar von meinem lieben Kumpel, ehemaligen Schulkameraden und Freund Niklas. Er meinte, er möchte mir mal ein richtig schönes Fanpaket schicken, Kappa. Und wir werden es unboxen, habe ich gehört. Vielleicht so, seht ihr noch ein bisschen was von dem Müll hier. Nice. Und ich bin mal sehr gespannt, was drin ist. Ich habe schon kurz reingelookt, muss ich sagen. Aber es noch nicht geöffnet. Ja, es war so ein Elbenwaldkarton, den ich jetzt nur von der Seite zeige, weil auf der anderen Seite steht meine Adresse. Und ich bin sehr hyped. Vielen, vielen Dank. Ich habe dem Niklas einen kleinen Freundschaftsdienst erwiesen und er meinte, er schickt mir jetzt ein Paket. Und an erster Stelle fällt direkt auf, zwei Monster Energiegetränke. Einmal Juice und einmal The Doctor. Nice. Vielen Dank dir. Tatsächlich ist meine Cola heute leer gegangen. Ja, das heißt, ich kann mir so mein wohlverdientes Koffein zuführen. Ich nehme mal den Doktor, glaube ich. Sieht irgendwie blöd aus mit der Kamera so weit weg. Ne, das feiere ich nicht. Dönerschild ist leider aus, habe ich vergessen. Und zufälligerweise habe ich hier schon ein Paket mit Eis, ein Glas mit Eis. Hey, das ist zu tasten, Alter. Nice. Bisschen wie so eine Grapefruit-Limo. Mag ich auf jeden Fall. Dann, das zweite, legendärer Kaffeebecher. Da bin ich immer sehr gespannt. Ich liebe ja Kaffee. Ich glaube, der Niklas weiß das. Ah ja, zeitloser Klassiker, oder? Legendärer Kaffeebecher. Ich kann es jetzt nur zeigen und nicht lesen. Ah, jetzt kann ich es lesen. Seelengebunden, Nebenhand, Beweglichkeit, Ausdauer, Zuckersockel. Und Sockelbonus, 210 Int. Alter, voll OP. Wer WoW spielt, der weiß, jetzt ist ja Level 50 tatsächlich, das neue Max-Level. Und 210 Int, wer absolut broken benutzt. Steigert euer Tempo 10 Minuten lang auf 50%. Wird ihr auf jeden Fall benutzen. Vielen, vielen Dank dir dafür. Und Baba-mäßige Tess. Kannst auf jeden Fall gut was reinschmatzen. Zum Beispiel Monster Energy. Mega nice, danke dir. Dann, noch was. What the fuck ist das? Döner-Geber. Was geht ab, Alter? Spicy Superhot, Congratulations. Ja. From Werner P. 0 von 15 Ordnungspunkte, geil. Digga, wir hatten einen Lehrer, der hieß Werner. Und wir hatten eine Klausur bei ihm geschrieben. Und der Typ hat einfach eine Aufgabe nicht bewertet, sie aber in die Bewertungsskala mit einberechnet. Denn sprich, jeder hatte irgendwie 15 Punkte zu wenig. Ich meine so, jo Werner, hast du ein paar Punkte vergessen? Er so, Stefan, kontrollier dich lieber mal auf deine Leistung, statt mir hier irgendwas vorzuwerfen. Dann so, kommt es aus der Klasse-Feedback. Ja, aber Werner, das ist wirklich so. Der Stefan labert da kein Shit. Er so, oh, okay. Und dann hat er sich so ausgedacht, okay, wir führen Ordnungspunkte ein, damit die alte Punktzahl stimmt. Und dann habe ich irgendwie so einen Ordnungspunkt von 10 Ordnungspunkten bekommen. Absolut rechtswidrig, der Dude. Keine Ahnung, war mega lustig. Aber bis heute immer noch ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, es ist ein Döner zum Aufblasen. Holy Crap, wie geht das auf? Wie geht das auf, Mann? Ich glaube, man muss es reißen und dann ist es kaputt. Habe ich hier vielleicht noch eine Schere irgendwo? Wait a second. Ist natürlich uncut hier, ist ja klar. Habe ich nicht. Dann müssen wir so ein bisschen... Reiße die Rotz. Aufgekotzt. What the fuck ist das? Das ist einfach ein... Ein... Dönerkissen. Ein Dönerkissen. Gönnt euch das. Mit Salat, Gurke, Fleisch, Brot. Alles dabei, ey. Muss ich direkt gleich meiner Freundin zeigen. Die würde ausflippen. Also wahrscheinlich wird sie es hässlich finden. Ich finde es wunderschön. So sieht ein glücklicher Dönerkissenbesitzer aus. Meine Fresse, ey. Direkt so hier. Auf ganz entspannt Dönern. Mega nice. Danke dir, Digi. Ja, das war es auch schon vom Unboxing. Wir könnten das Video noch auf 8 Minuten eine Sekunde strecken. Mach ich aber nicht. In diesem Sinne, vielen Dank dir nochmal, Niklas, für dieses absolut babamäßige Paket. Hammer. Danke dir. Bis später, dein Peter. Und natürlich hier auch den Döner abonnieren, weil das ist jetzt das neue Dönerschild. Fuss. Bis später, Freunde.